Aktuell haben wir eine Testinstallation mit einem Viper Premium C. Wie Sie schon hören, der Viper ist sehr leise und verrichtet sehr schnell seine Mehrarbeit. Auch gut zu sehen, wie er vor der Schleife langsam abbremst und seine neue Richtung einschlägt. Ebenso hervorzuheben ist eine sehr gute Verarbeitung, die einen sehr guten Eindruck macht. Und das zeugt von einer hohen Langlebigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017